So, dann schalte ich schon mal den Sound an hier, bevor es nachher wieder heißt Grants, der Soundgate nicht In-Game-Sound an, das Einzige, was fehlt, ist natürlich noch das Spiel und meine Fresse Hey Leute, schön, dass ihr alle da seid, moin moin, mit dem neuen Kopfhörer, so heißt das Ding Warum hast du eigentlich nie Stream-Ankündigungen bei der Troubletown-Steam-Gruppe? Ach, wir haben eine eigene Gruppe Wir haben eine eigene Gruppe, da muss ich nicht noch die Troubletown-Gruppe für missbrauchen Ich habe heute Bock, ein bisschen Monster zu spielen, ja Denn, äh, ich habe noch gar keinen, noch gar keinen Monster-Stream gemacht In der Vollversion Und, ähm, das muss sich ändern, Leute Das muss sich einfach ändern Ich hoffe mal, dass wir keine Probleme heute haben werden mit dem Stream Rolle wählen, yo, Monster Als zweites packe ich mal den Medic, weil ich Bock auf Medic habe, ein bisschen Kaira-Leveln Wenn überhaupt Aber es wäre halt schön, wenn ich ein bisschen Monster werde Und ich würde mal sagen, wir legen einfach mal direkt los Und, äh, schauen mal, was die erste Runde bringt Und ich habe meinen Avatar angepasst Ich hau mir mal eben wieder Du musst die Überschrift ändern Habe ich schon? Oder nicht? Oder? Glaube schon Ich meine, ich habe die Überschrift geändert Das wüsste ich doch, wenn ich da einen Fehler gemacht hätte Äh, ich möchte dir bei Liesel League den Gravity Ball zeigen Nein, den kenne ich noch nicht Muss ich ganz ehrlich sagen Granson Tipp Wenn du Krake spielst, pack am Anfang alles in den Wirbel Ja, ich habe schon überlegt, ob ich zwei Dinger auf Wirbel zumindest geben soll Und den Blitzschlag erstmal aus und vor lasse Aber Ich bin mir da noch nicht so sicher Die neuen Kopfhörer sind übrigens richtig geil Also, die sind so schön Es ist so, als ob ich eine Wolke auf meinen Ohren hätte Ich zeige euch nachher mal die anderen, was ich da mitgemacht habe Der ein oder andere hat das ja, glaube ich, schon mal gesehen gehabt In einem Bild auf Instagram Und ja, diese wunderschönen Kopfhörer Da muss ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken Bei euch allen Die habe ich nämlich von den Äh Oh Ich bin direkt Medic Na komm, dann nehmen wir erstmal Kera Die habe ich direkt nämlich von euren Spenden mir gönnen können Und dafür vielen, vielen Dank Ansonsten wäre das wieder schwer geworden Da vernünftige Kopfhörer zu holen Weil die auch gar nicht mal so günstig waren Wie ich das eigentlich erhofft hatte mir Äh Du musst das Bild größer, Grans Welches Bild? Welches meins? Warte mal, ich schau mal eben Mein Bild ist doch groß Reicht doch, wenn ich hier oben so einen kleinen Ausschnitt habe Ihr seid ja wegen Evolve hier Oder nicht? Ähm Ich sollte schnell noch machen Hier, nachladen Als Kera ist nachladen Eigentlich ganz gut Und, äh, ja Ansonsten hoffe ich mal, dass bei euch alles Gutes, Leute Ein schöner Sonntag Draußen scheint die Sonne Was will man mehr? Fucking Shitbug Was für ein Shitbug Ich hab'n Ausschnitt Ja, ich zeig' heute richtig Ausschnitt Damit ich mehr, äh Ähm Damit ich mehr Zuschauer habe So, direkt hier jemandem geholfen So muss es sein Wollen wir mal gucken No, doesn't work Oh, schade Das ist ärgerlich Oh, und er nimmt Goliath Alles klar Es regnet bei euch Leute, bei mir scheint die Sonne Ah, ich bin ja auch wieder auf Hawaii Habt ihr ja schon wieder Bestimmt dran gedacht Die Schrift Die Schrift, die ist schon gut so Da unten ist gleich eh nichts mehr zu sehen Wenn wir in-game sind Keine Sorge Dass er von dem Felsen wieder runterkommt Das wird überhaupt niemanden stören Und Ehre, wem Ehre gebührt natürlich Denn ohne die Leute, ne Was will man machen? Was ist denn hier los? Ach da, Luca Moin da, hallo Schön, dass du da bist Ich zock mal ein bisschen, äh Ein bisschen Evolve heute als Monster, ja Weil ich muss mir ja auch mal ein bisschen Monster gönnen Hat aber nicht so ganz geklappt Jetzt muss ich diese blöde Kera spielen Aber eigentlich wollte ich heute mal ein bisschen, äh Ein bisschen Leute ärgern Bevor es dann nachher bei Trouble in Terrorist Town weitergeht Aber da spielt Bostar wieder für mich Ich hab ja gar keine Zeit mehr für Trouble in Terrorist Town Ich kommentiere das nur noch nach Und, äh, das Gameplay, das kommt immer von Bostar Der ist sowieso besser als mich Ja, so, wir müssen ein paar Träume finden, ich denke Au, Mann So, wo ist denn unser guter Ja, wir sollten uns jetzt nicht so mega aufsplitten Oh, da ist direkt ein Buff Die Ausrüstung ist vielleicht teuer, das sag ich dir Schaut nicht nach Monster Gameplay aus Doch, das ist ein Monster Gameplay Also, so weißt du, als Adjektiv halt Oder irgendwie so Wenn man springt, wäre der Boost übrigens nicht, Leute, für alle, die Känger spielen wollen Immer schön laufen, möglichst wenig springen Man gibt ihnen einen Anteil und sie stellen die Dinger umsonst her So, und wo haben die jetzt hier? Da unten sollen die Vögel irgendwo sein Ich sehe hier nichts Doch, warte, er war hier rechts Hinterher Klingt nach einem schlechten Deal Hehehe, er wollte den Witz kriegen, wenn er nicht Monster wäre Okay So, da oben ist er Wollen wir mal schauen Na, da unten ist wieder dieser scheiß Tyrann Die Map kennt man ja langsam hier Ach, Goliath, der kann eh nichts Wir können uns mal überlegen Welches Monster ihr eigentlich als erstes sehen wollt Wenn irgendjemand mich zwingen will Ein Monster zu spielen Mit einem bestimmten Perk Dann kann er natürlich hier gerne Mir eine Spende schicken Und dann werde ich da einfach mal euren Wünschen nachkommen Dann habt ihr mal endlich einen Anreiz, ja? Ansonsten besteht der Anreiz ja immer nur darin Dass ich mir neue Kopfhörer holen kann Wenn ich meine alten zerstöre Doch, die Top-Donator-Anzeige geht wunderbar Allerdings ist die Top-Donator-Anzeige bei mir immer monatlich Und heute ist der erste, ja? Das heißt, neues Spiel, neues Glück Letzten Monat war Lone Survivor Derjenige, der am meisten gespendet hat im Februar Ich glaube übrigens, Liana hat auch genauso viel Ja genau, Liana hat auch 50 Euro gespendet Genau wie Lone Survivor Ich habe jetzt einfach mal Lone Survivor hingeschrieben Weil er als erstes 50 Euro gespendet hat Oh, shit Das war aber nicht so nett, Geliath Das war jetzt aber nicht so nett Ich habe gerade mit meinen Leuten geredet, ja? Geliath an und Ah, und will mich schnabulieren Warum denn immer den Besten zuerst? So, guck mal, direkt mal heilen Wie wäre es, wenn du mich shieldest, Hank? Du hast so ein Schild, wenn du die zwei drückst Ah, danke, geht doch So Jo, bis später, Dalu Schön, dass du vorbeigeschaut hast Und danke, danke, danke fürs Hostel Äh, vertritt meine Interessen gut bei der Troubletown-Besprechung Ich habe es eben gerade bei Skype noch gelesen Aber Du machst das schon, denke ich mal Ich, äh, gebe mein Veto-Recht somit an Dalu weiter Ja, der hat jetzt doppelt, doppelt, äh, doppelt bestimmt Dalu So, er kriegt mich nicht down, das ist schon mal schön Und, äh, ja, ich heile mich mal munter weiter Oh, 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 oh Blackhawk, mal den ersten Stein legen Vielen Dank, vielen Dank, Blackhawk Vielen Dank Hättest du mal ruhig dazu schreiben können Welches Monster und welchen Kirk ich nachher nehmen soll Dann, äh, hätte ich da direkt mal Ihr könnt mich natürlich auch ärgern Und so das machen wie, keine Ahnung Mana-Regeneration oder so Nein, Quatsch, Mana-Regeneration gibt's da gar nicht Aber ihr wisst, was ich meine, ja Also, irgendwelche Kombinationen, wo man so denkt Lekko-Mio Das, äh, wird der Grenz doch niemals schaffen Shit, hier unten ist der Tyrann, oder? Meine ja Ach, guck mal, wir schneiden Goliath mal den Weg ab Schnell hoch da Na, jetzt habe ich den leider verpasst Oh, die Lisa ist da Hallo Lisa, schön, dass du da bist Kyra Adrenalin Was sagst du? Sollte vielleicht die Leute mal heilen, stimmt Da, äh, hat er recht Ich hab mich zu sehr auf den, äh, Chat Konzentriert, muss ich gestehen So, warte, denke ich dann hier Den fackeln wir ab, ey Meine Fresse Ich sollte den da mal heilen Bleib stehen, Junge Ach, Lisa war gerade am aufräumen Ja, da hast du hier, glaube ich, eine schönere Alternative Hoffe ich jedenfalls Wenn nicht, dann mache ich irgendwas falsch, wahrscheinlich Erledigt das Biest Erledigt das Biest nicht Erledigt Dingo Laias Jetzt habe ich mein Beschleunigungsfeld genutzt Das war halt jetzt nicht so klug Wo ist der hin? Danke, Partner Aber man, wie, warum Jetzt kämpfen die da hinten wieder Ich krieg zu viel, Leute Wann kommt wieder Don't Starve? Ähm, oh, oh, Leute Ich hab ihn gefunden Ich hab ihn gefunden Danke Ich bin dann mal weg So, da hinten können wir schnell heilen Also, schnell hinterher Leider, ah, hier kann ich jetzt ein Waff nehmen So, dann holen wir uns mal da, äh Ein bisschen Was war das? Ich hab das wieder nicht gesehen Brandgranate Ja, mit der 1 kann ich Brandgranaten verschießen Mit der 2 kann ich heilen Und mit der 3 Juhu Kann ich einen Speedboost geben Aber nur eigentlich, wenn man nicht springt, glaub ich So, jetzt könnte ich die zum Beispiel mal heilen So muss es sein Don't kill it, please Ich heile euch, Leute Ah, ich werd vom Affen angefallen Heilung scheint einsatzbereit Ja, Spicer Unvergiftet Oh, da wurde jemand gejonest, Leute Da wurde jemand gejonest Das ist natürlich jetzt nicht so klug gewesen Aber ich heile hier wie eine junge Göttin Okay, Team Habe nicht verstanden, was er will Kennst du, Wayne? Ich kann meinen Speedboost auch gleich wieder hergeben Oh Mann, ey Wir finden hier grad gar nichts Mit der Brandgranate kannst du nicht heilen Doch, Feuer heilt jede Wunde, frag Lisa Da, okay Speedboost, Leute Er ist jetzt Phase 2 Ich dachte schon, er wäre auf 3 Aber die Spuren gehen noch in die andere Richtung Oder wäre jetzt doof Die gehen noch da lang Versteh ich nicht Versteh ich nicht Tut mir leid Der ist da, ne Da ist er Nicht drin, nicht drin He's not inside Okay, Leute Wo seid ihr? Da vorne ist er Mein Speedboost ist nicht ready Leider, leider, leider Oh shit Ich muss hier rüber Spring, Kaira Spring Ich wollte grad Rechtsklick machen Um zu schnüffeln Dann fiel mir auf Nein, ich bin kein Monster Äh Wo ist der Bängel hin? Er muss hier irgendwo sein Da So, jetzt haben wir ihn Aber Wo geht der denn jetzt schon wieder lang Okay, Leute Kommt Kommt alle runter Kommt alle runter Kommt her Kommt her Kommt her Ich hab nen Speedboost für euch Und Go Lauft, Leute Lauft Hab euch geboostet Könnt ihr ja sonst Da oben war er grad, ne? Oder? Da ist er Du kannst wegrennen, aber dich nicht mehr verstecken Du kannst rennen, aber du kannst nicht gleiten, Goliath Oh, er geht unten In die In uns rein Ah, er versucht abzuhauen Er weiß, dass er keine Chance hat gegen uns Ah Das Gamebeast Ja, ich hab auch auf Monster gestellt Aber manchmal Manchmal wollen andere auch Monster machen Da kann aber nix machen Deswegen, äh Muss ich gleich mal schauen Ob ich in der nächsten Runde Monster wäre Das wäre natürlich ziemlich pornös Damit der Stream Name dann auch endlich mal hier alle Ehre hat Weil ich hab Bock auf Monster Aber ich lief auch nicht, wenn ich jetzt nicht Monster wäre Das wäre nämlich Assi So, guck mal, wir machen Speedboost Einer von uns stirbt Gebt ihr nen Tipp Ich bin es nicht Ha Wer rennt hinter den Heer Bringt aber irgendwie noch nicht so viel Wie ich das gerne hätte 100 Meter schon wieder Scheiß die Wand Irgendjemanden, den ich heilen muss Nö Ich meine, er hat sich auch noch gar nicht Auf so einen richtigen Kampf eingelassen bisher Er ist hier unter mir, oder? Komm schon Gibt's doch nicht Rennt der Bengel jetzt hier im Kreis rum, oder was? Können wir versuchen, den Weg hier abzuschneiden Wow, moin Da ist er einfach Jo, da will er wieder den Heiler Ich sollte heilen Ich brauch nen Shield Ich brauch nen Shield Ich muss Speedboost Oh shit, ich liege Wer K-Wer liebt, der hebt sie auf, Leute Oh, oh, oh Oh, oh, oh Erstway, komm, Leute Heels Ich hab mir nochmal geheilt Ich brauch nen Vers Hilfe Die liegen mich jetzt leider auch nicht aufgehoben Und die kämpfen da hinten gegen das andere Monster Profis am Werk Profis am Werk mal wieder Hilfe 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 Hoch mit dir, alter Freund Aus dem Schild nachladen Hilfe 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 Albersam Möscher Aber keine Panik Was ballern dir denn? Das ist gut Ah, hey, komm mit Toast Schön, dass du da bist Moin, moin Grants muss mal im Marathon mitlaufen Näh Was wohl in dem Staub von K-Wat drin ist Da sind die Drogen Oh Mann Ja, die erste Runde Lief schon mal nicht so Obwohl Noch ist die Runde ja nicht vorbei Aber eine Minute noch Ist schon lange Hat er sich unsichtbar gemacht, der Bengel Ja Bringt natürlich nix, wenn er mitten im Flammensturm steht Oha Run, just run One minute Das könne schwierig werden, Freunde You should You should run Das könne schwierig werden Run, man, don't go over there He can kill you Rage Smout Hat er den nächsten Aber Es kommt ja gleich zum Glück das Schiff schon Hoffen wir mal Ist eigentlich noch Level 2 Oder schon Level 3 Das war Level 2, oder? Ich glaube schon Aber hey Lass dich überraschen Okay, er hat gut überlebt Da kommen wir wieder Wie K-Rider chillt So, als ob es hier nix zu holen gibt Äh Leute, ich glaube, das Vieh hat sich wieder entwickelt Jetzt wird der letzte von der Pflanze gefressen Ja, Darkie, das wär's gewesen Oh, das Monster entwickelt sich gerade Und ich sehe, dass ich da unten wen zu heilen habe Da kann ich meinen Heilungsskill wieder hochpushen Da vorne ist der Bengel Wenn er jetzt stirbt Das wäre wirklich sehr ärgerlich Komm schon, K-Ror 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 Ist zum Heiligen Da, die Vögel Das Monster kann sich eben nicht vor allem verstecken So Hanky, Banky Schieß auf den Goliath Es gibt gut Punkte für die Heilungspistole Hey, Junge Stehenleibbeschlein Wen haben wir? Wir haben Markov, oder? Ja Ne, wir haben nicht Markov Shit, wir haben Panel Er kann hier ja gar keine Dinge hinlegen Das ist ärgerlich So, er kann jetzt hier schön Buffs sammeln und so Das ist natürlich ein bisschen uncool Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich auf ihn warten will Bin da nicht so sicher Aber in der Zeit kann ich mir Oh, wo ist er? 90 Meter Einfach mal ein paar Granaten So gewinn ich bei Team Fortress auch immer, Leute Hey Da ist er Da kommt er Da kommt er Hier, frisst Granaten Ich hab ihn getroffen So Der wollte mich wieder Okay Oh, der geht wieder auf Grants Der geht wieder auf Grants, Leute Schnell hoch auf mich Man hat das Shield, Junge Oh, der ist wieder bei mir Das ist doch unglaublich Ja, Junge Du siehst schon, dass ich hier gerade am sterben bin, oder? Vorsicht, Leute Oh, wir brauchen noch jemanden, der Schaden macht Ne, nur mal so Als kleiner Tipp So ein Pro-Tipp von mir Irgendjemand muss sich immer opfern Und Schaden am Monster machen Ich weiß Das ist eine beschissene Aufgabe Aber irgendjemand muss es halt tun, weißt du Irgendjemand muss Schaden machen Zum Beispiel Panell Der hat ja einen Raketenwerfer und eine Shotgun Ich weiß ja nicht, was ihr so machen würdet Wenn ihr einen Raketenwerfer und eine Shotgun hättet Aber ich würde probieren zu rennen Nein, doch nicht Erstmal Erstmal ein Bounty Leute Erstmal ein Bounty Ich kann mich mal heilen Tot Ah, die Marke ist ja auch da Habe ich jetzt gerade erst gesehen Hey, Saskia Ja, Monster hat gewonnen Das ist auch schon mal gut Wir machen einen Monster-Stream Und das Monster hat gewonnen Alles richtig gemacht, oder? Ja, doof nur, dass ich K-Ride gespielt habe Elf leutige Speedbooste, na immerhin So Dann wollen wir mal gucken Ob wir diesmal Monster werden Ich bleib mal in der Lobby, oder? Soll ich in der Lobby bleiben, Leute? Ja, ne? Glaube schon Und dann können wir mal Monster spielen Ich beginne mal mit dem Kraken Ja, also Ich, äh Mach einfach mal So wie ich lustig bin Es sei denn, irgendjemand, äh Haut mir halt jetzt hier Irgendwas in Textform hier um die Ohren Blackhawk, hast du nicht irgendwie, äh Hast du noch irgendwie ein Dingens da? Einen Wunsch gehabt? Blackhawk hat ja eben gerade schon gespendet hier Vielleicht irgendwie Ein Monster-Setup, was ich unbedingt mal spielen soll Oh, der Cycler ist auch da Moin, moin